Möchtest du einen eigenen Avatar erstellen? In diesem Video zeige ich dir 5 Top-Tools von KI-generierten Avataren, die dich begeistern werden. Verabschiede dich von langweiligen Profilen und kreiere großartige, lebensechte Avatare, die beispielsweise deine Video-Inhalte präsentieren und dich von der breiten Masse abheben. Und keine Angst, du brauchst dafür keine speziellen Technik-Skills. Dank der neuesten Tools können diese Videos in Sekundenschnelle bearbeitet und erstellt werden. Im folgenden Video werde ich vor allem auf Realismus, Lippensynchronisation und Preisgestaltung eingehen. Ich werde für sämtliche Beispiele den identischen Text wählen. Außerdem werde ich diesen in englischer Sprache eingeben, da für die deutsche Sprache noch nicht alle Optionen freigeschaltet sind oder zur Verfügung stehen. Also starten wir mit dem ersten Tool. Mit Synthesia kannst du in wenigen Klicks Videos aus einer Textvorlage erstellen. Es gibt eine große Anzahl an bereits vorhandenen KI-Avataren, die viele unterschiedliche Sprachen und sogar Dialekte sprechen können. Also egal, ob du dein Video in Englisch, Spanisch oder sogar Chinesisch erstellen möchtest, mit Synthesia ist dies möglich. Auf dem Bearbeitungsfenster stehen uns bereits vorgefertigte Textoptionen zur Verfügung, mit denen man sich eine Vorschau der Demos anzeigen kann. Ich bleibe aber bei der Standardoption und verwende mein eigenes 200-Zeichen-Script. Ich füge meinen Text ein und klicke dann auf Continue. Danach müssen wir noch einige Details angeben und erhalten eine E-Mail, sobald das Video fertig generiert ist. Schauen wir es uns mal an. Synthesia gefällt mir hier eigentlich recht gut. Der Charakter ist relativ lebensecht und die Lippensynchronisation ist auch wirklich gut getroffen. Als nächstes hätten wir Eli. Eli ist ein Tool, mit dem wir uns ebenfalls in nur wenigen Minuten durch Texteingabe personalisierte KI-Videos mit einem menschenähnlichen Avatar erstellen können, ohne ein Kamerastudio oder einen Greenscreen zu benötigen. Eli bietet über 25 Avatare an oder du kannst dein Smartphone oder deine Webcam dazu nutzen, um schnell einen animierten Video-Avatar von dir selbst zu erstellen. Nachdem wir uns einen Account erstellt und einige Angaben zu unserer Person gemacht haben, können wir auch schon loslegen. Wähle aus der Bibliothek einen Avatar, den du nutzen möchtest und füge anschließend deinen Text ein. Auf der rechten Seite kannst du auch noch Hintergründe, andere Videostile oder Sticker für dein Video auswählen. Wenn du mit dem Erstellen fertig bist, dann klicke auf Render und du erhältst in Kürze eine E-Mail, dass dein Video fertig generiert wurde. Schauen wir es uns mal an. Eli ist wirklich einfach zu benutzen. Auch gefallen mir hier die unterschiedlichen Hintergründe und Zusatzelemente, die man wählen kann. Allerdings mangelt es hier etwas an der Lippensynchronisation und auch der Avatar wirkt mir etwas hölzern. Als nächstes kommen wir zu HeyGen. Auch hier kannst du das Programm nutzen, um beispielsweise Moderatoren-Videos für Unternehmensschulungen, Werbungen oder E-Learnings zu erstellen. Hier kannst du die Hintergründe aus einer Menge von Templates wählen, beispielsweise für Breaking News, der Videos oder auch für deinen Social-Media-Account. Nachdem wir unser Template gewählt haben, suchen wir den passenden Avatar. Mit einem Klick fügen wir ihn ein, kopieren unseren Text in das dafür vorgesehene Feld, gehen anschließend auf Submit und müssen dies noch einmal bestätigen. Auch hier erhältst du in wenigen Minuten dein fertiges Video, was wir uns gleich mal anschauen. Hallo, mein Name ist Alice. Ich willkommen Sie zu meinem Kanal und hoffe, Sie haben dieses Video gefallen. Wenn Sie schon noch Erfahrungen mit AI-Avataren haben, lasst mich in den Kommentaren hier unten. Ich finde das Ergebnis nicht schlecht und würde dieses Tool tatsächlich nutzen. Gerade die Vielzahl an Hintergrund-Templates gefällt mir bei diesem Programm sehr gut. Als nächstes auf meiner Liste steht DID. Mit DID lassen sich ebenso auf Knopfdruckbenutzer definierte Videos mit einem sprechenden Avatar erstellen. Außerdem können hier die Videos auch aus Fotos erstellt werden. Für unser Video wählen wir uns aber zunächst einen passenden Avatar und geben auf der rechten Seite unseren Text ein. Nachdem wir dies getan haben, sehen wir in der Benachrichtigung, dass wir in der kostenfreien Version auf zehn Wörter limitiert sind. Das ist wirklich wenig. Deswegen lösche ich jetzt einen Teil des Textes wieder heraus. Im Anschluss können wir uns eine Sprache wählen. Hier punkte dieses Programm, da es in den verschiedenen Sprachen auch noch unterschiedliche Dialekte anbietet. Als nächstes können wir verschiedene Stimmfarben wählen. Und bei einigen Namen, also Stimmen, können wir auch noch verschiedene Stimmungen anwählen. Von aufgeregt über freundlich bis hin zu unfreundlich ist hier alles dabei. Nachdem wir mit der Auswahl fertig sind, klicken wir auf Generate und unser Video wird ziemlich schnell fertiggestellt. Auch hier schauen wir mal rein. Da diese Demo sehr kurz war, zeige ich euch noch zwei Videos, die ich vor einigen Wochen bereits aufgenommen habe. Und damals standen einem mehr als zehn Wörter zur Verfügung. Was ich an diesem Programm mag, ist, dass ich meine eigene Stimme hochladen könnte, mit der der animierte Avatar dann sprechen würde. Außerdem stehen mir hier auch Kinderstimmen zur Verfügung. Der Nachteil bei der Demo-Version ist die sehr geringe Texteingabe, die sich auf lediglich zehn Wörter beschränkt. Positiv jedoch finde ich, dass man hier auch Gemälde sprechen lassen kann. Außerdem kann man Fotos hochladen und auch diese als Avatare verwenden. Zu guter Letzt stelle ich euch jetzt noch DeepBrain vor. Auch hier ist alles, was wir tun müssen, unser Script vorzubereiten und die Text-to-Speech-Funktion zu verwenden, um unser erstes KI-Video in nur wenigen Minuten zu erhalten. Die Avatare auf DeepBrain sehen sehr professionell aus und die Qualität der Videos ist ziemlich beeindruckend. Du kannst auch in diesem Tool verschiedene Arten von Videos erstellen und aus einigen Vorlagen wählen. Ich wähle dafür dieses Template und erstelle unser Video. Auch das geht recht schnell und steht uns nach wenigen Minuten zur Verfügung. Vorher müssen wir uns allerdings noch eine Minute Zeit nehmen, um unsere Daten einzugeben. Nachdem wir dies getan haben, können wir uns unser Video anschauen. Auch DeepBrain ist wirklich einfach zu bedienen. Allerdings finde ich hier die Avatare noch relativ künstlich und derzeit auch noch etwas steif. Mein Fazit ist, dass alle diese Programme recht ordentlich arbeiten, aber noch ihre Vor- und Nachteile haben. Allerdings stehen wir hier ja auch noch ganz am Anfang. Eine Gemeinsamkeit ist auch, dass der Preis für diese Videos im Augenblick noch recht hoch ist. Um uns ein längeres Video erstellen zu können, müssten wir bei allen fünf Varianten eine kostenpflichtige Version wählen. Hier stelle ich euch nochmal die Kosten gegenüber. Auf Synthesia zahlt ihr 19,50 Euro im Monat mit der günstigsten Version und erhaltet dafür 120 Video-Credits pro Jahr. Bei Eli ist die günstigste Bezahlvariante 23 Dollar pro Monat und dafür erhaltet ihr 15 Minuten Videomaterial. Bei HeyGen zahlt ihr 48 Dollar pro Monat und erhaltet dafür 30 Credits. Die maximale Wiedergabedauer pro Video beträgt hier fünf Minuten. Bei DID zahlt ihr für 20 Minuten 34,30 Dollar im Monat und ihr dürft die Videos kommerziell nutzen. Bei DeepBrain erhaltet ihr im Starterpaket 10 Minuten Video für 30 Dollar pro Monat. Hast du bereits einen Favoriten? Dann lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Auch wenn du bereits Erfahrungen mit anderen KI-Avatar-Tools hast, dann schreib mir gerne und ich freue mich über einen regen Austausch. Um kein Video von mir zu verpassen, abonnier am besten gleich meinen Kanal und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Ich freue mich und sage bis dann, bleib kreativ! Deine Alexa Ötes und